hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir hier so schaut's aus wir haben heute neue karten im champions club da ist der schweizer meister gewürdigt worden heute und mir ein paar neue primetime karten die wir uns anschauen müssen los geht's also den anfang macht hier eben also alle vom ev zug auf jeden fall den anfang macht hier der 17 jannik 10 da ein center 1 80 groß 82 kilo mit seiner barrage und magier also natürlich mit 83 am face off auch wie viele center ist ja auch kein center damit sein rechter flügelspieler keine synergie dabei die auf die besteuerung die geschwindigkeit geht schuss soweit gut händel sind gut und 88 beschleunigungen für die 87 karte kann man auch so lassen also wer da noch bedarf hat diese synergien anzukriegen ist auf jeden fall hier ganz gut aufgehoben dann suchen wir weiter nach ev zug spielern quer gemischt hier alles nach stärke sortiert hier ist einer und zwar immer zum ev zug der 88 livio stadler rechter verteidiger 183 groß 80 kilo mit seiner funke zum gladiator also so ist er auf jeden fall extrem langsam das ist erstens auge sticht und auch nicht wirklich gut body checken geht dann zwar ja auf 90 hoch kann man so lassen stärker 95 aber hände die king bei 77 handaugen bei 77 nein definitiv keiner dem er unbedingt braucht der nächste im e v zugbund der 88er nick shore auch ein center 185 groß 88 kilo mit zum schwamm und zum hauitzer 81 im face off macht noch lange zum brauchbaren center hauitzer ganz hier ganz gut hier wird der schuss noch stärker die geschwindigkeit geht ab 89 als bei 92 dann hier schluss ganz kurz den chat noch an machen wer sind wir noch aus sich gerade so jetzt hat der ist dafür sagen wir gut geht ab 90 beschleunigungen 92 geschwindigkeit kann man so lassen hände auch im 90er bereich im hohen 80er bereich kann man so lassen also kein schlechter wenn man hier noch bedarf sucht auf dem linken flügel aber da gibt es natürlich schon deutlich bessere wo geht es weiter mit den ganzen zugern da mein der 88 claudio cardono ein rechter verteidiger 1 85 groß 95 kilo und zumal verteiler und zumal passing playmaker schusskraft hier auch wieder wie wir immer schon oft hatten bei bei maximal 99 kraft passing playmaker ganz gut geht die die schlagschuss genauigkeit auf 87 okay ist eine 88er karte hätte ich mir eigentlich gewünschen gewünschen dass er von haus ausschauer 88 genauigkeit hat also naja verteilers sollte man eher haben aber wer jetzt noch einen verteidiger braucht ja gibt es auch bessere als ihn hier kennen gar nicht aber ich bräuchte es auch nicht haben und nächster im bunde den kenne ich zum beispiel noch den non asker lino machini ein linker flügelspieler 1 86 ne 168 groß 65 kilo mit zwei verteilern zumal shut down ja natürlich extrem kleinen body checken nur bei 84 da ist schon wirklich unter funke auch ist schon ist schon pflicht einen relativ guten schuss 95 schlagschuss genauigkeit 95 handgelenkschuss kraft hände auch im 90er bereich geschwindigkeit beschleunigung kann man auch so lassen geht dann auf 90 endgeschwindigkeit auf 93 beschleunigung also eine gute karte klar recht klein wert zum beispiel den somit den spielern wie harry morance oder auch den 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 whitney von iserlohn den team of the season karte klar kommt der kann mit dem hier auch was anfangen müsst ihr mal wirklich austesten auf jeden fall auf dem papier ist er kein schlechter dann aber er kein schlechter ist schon mal als nächstes war ehemals von den detroit red wings jetzt eben beim ev zug der non asker justin abdelkader rechter flügelspieler 1 88 groß 97 kilo mit zweimal hard and soul und zweimal magia hat ein soul her bringt die facels hoch balance geht auf 99 sagen wir gut mag ja auch hier schon fast pflicht daher nur bei 86 jeweils ist schuss auch stark aber nicht so ganz genau beschleunigung geschwindigkeit nur bei 85 von haus aus wer mir schon fast fast zu wenig aber keine schlechte karte aber auch hier wieder wenn man wenn man noch jemand braucht gibt mit den synergie mit der synergie kombo gibt es denn auch bessere auf jeden fall sagen zellweger hat man schon dann geht es weiter mit dem 90er karl klingberg linker flügelspieler 1 99 groß 97 kilo und zwar balance und zweimal lampen knipser lampen knipser bringt zumindest die die handgelenkschuss genau ich glaube 90 ok hände auch unter 90 ja unter 90 in der eigenen zone ist er super wird bei der größe muss auch body checken können also eigentlich fast ein perfekter verteidiger bild aber ist ein stürmer auch nur bei bei 90 beschleunigung 90 geschwindigkeit ja hätte auch von haus aus schon gehabt dann wäre er wirklich gut aber so als verteidiger vielleicht gerade im unterzahl kann man einsetzen aber so möchte ich den hier nicht unbedingt haben dann hier haben wir den 90er goalie leonardo ginoni 1 83 groß 87 kilo mit sommer funke und sommer schwarm ja auch gerade eigentlich die wichtigste der wichtigste stat die glove high ist es ist bei 88 das ist eigentlich schon fast der upturner dazu 5 roll bei 88 aggression mit 80 schon fast hoch in dem bereich wo wir uns eigentlich bewegen ihn könnt ihr wenn ihr die 87 variante dazu habt mal schauen wo die 87 variante ist hat auch andere synergien gehabt 87 schenoni hier der hier wenn ihr den ihr habt vom sc bern damals noch da der letzten jahre gespielt könnt ihr den mit drei gold collectibles im in den sets upgrade nach den 90er also mir wird mir werde 90er allein schon keine 150.000 münzen wert geschweige denn würde ich den upgrade machen also definitiv nein dann auch jemals bei den montreal canadiens jetzt hier beim ev zug der 90er rafael diaz linker verteidiger 1 80 groß 89 kilo mit zweimal funke und zweimal haubitze hauitzer je nachdem wie es das spiel eingestellt hat er hat 92 beschleunigung und und 95 geschwindigkeit von 1 80 spieler ist okay und für eine 90er karte auch kann man so lassen also auch rundum definitiv auch ganz gut 85 body checken braucht auf jeden fall weil er doch nur 1 80 ist auf jeden fall eine gute karte und die synergie kombo ist selten glaube ich so viel ich weiß für einen verteidiger auf jeden fall der ist hier ganz gut zwar wie gesagt braucht nie jemand nebenan der größer ist aber so an sich ist der ganz gut dann lauter ehemalige hl spieler mit der 91er gregory hoffmann eine rechter flügelspieler 1 83 groß 91 kilo mit zweimal funke und zweimal deep er mit deep hat er schon fast eigentlich die die voraussetzung um center zu spielen mit 88 am face off endbeschleunigung ist dann bei 90 endgeschwindigkeit bei 98 ohne verteiler okay interessant also auch so ein spieler wo man wirklich austesten müsste kommt zwar nicht schnell nicht schnell vom fleck aber wenn er da mal läuft dann läuft er und läuft er also ganz komischer bild hier auf jeden fall schuss bei bei 91 im schnitt hände bei ja niedrigen 90er bereich ganz komischer bild also ich habe selten gesehen dass das so ein wert außer beim fighting vielleicht dass der wert so unterschiedlich ist von der geschwindigkeit von der beschleunigung also auf jeden fall interessante katte hier der gregory hoffmann und ich glaube schon abschluss von der serie ja vom ev zug macht der 91er santeri alatola ein rechter verteidiger 1 80 groß 80 kilo zum barrage zum workhorse schuss hier im 90er bereich kann man schon so lassen geht er mit barrage guten tag geht er mit barrage auf 97 das ende ist auf jeden fall gut workers bringen die beschleunigung noch mal auf 90 das heißt auch hier 94 beschleunigung 90 geschwindigkeit ja ist okay also grafen dass er doch nicht nur 1 80 groß ist wäre hier noch mal irgendwie gut gewesen dass die geschwindigkeit auch hoch geht hände kann man so lassen body checken auch bei 90 geht er mit dem funken noch hoch auf jeden fall auch gut weil eben doch keine 195 groß ist also auch eine interessante karte wenn wir aber auch der ray borg oder der die gleichen synergien wenn wir hier lieber der silberne beziehungsweise der goldene als dieser santeri allatalo so das waren die 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 karten vom schweizer meister ev zug wir warten noch auf den deutschen meister auf der leo pfötter und und co von den eis bernberlin wird irgendwann auch die tage kommen jetzt haben noch ein paar neue prime time karten hier rauskamen schon arizona geht's los und zwar hier jetzt den wo ist er denn den 2 90er für kessel noch gar angeschaut also ich sehe das genauso zum ersten mal ein linker flügel spieler 1 80 groß 92 kilo mit workers und shutdown der schluss im hohen 90er bereich gehen auf ende da braucht man dann gar keinen gar keine salve mehr anmachen hände im hohen 90er bereich selbst wenn es wohnen uns hatte die hände fast perfekt workers bringen die beschleunigung auf 95 das auch hier sind bei 99 beschleunigung mit dem mit dem funken und bei 95 endgeschwindigkeit ja für kessel karten sei der sei der allerersten eigentlich mal ganz zurückgehen was waren die allererste karte hier von ihm war glaube ich eine 83er oder sowas die war schon geil so weit ist dann doch nicht her hier die ich die damals die aller eigentlich die allererste karte die viele hatten hat damals schon 91 geschwindigkeit gehabt und und dann 94 geschwindigkeit mit dem verteiler also die ersten synergie im an hatte und darsteller schluss auch im 90er bereich oder fast 90 wie gesagt für eine 83 karte die kessel karten alle perfekt bisher ich hatte glaube ich den den erjährigen 93 blockbuster war auch geil ist dann bloß irgendwann aus dem liner braus gefallen also da waren auch sämtliche synergien eigentlich sinnlos oder schluss und die hände ich schon perfekt waren und auch wenn das jetzt hier nur eine 2 90er karte ist ist das gleiche also sehr geile karte auf jeden fall noch schleudigste der lässt sie mit diesem extra aufgeschrieben weil ich den perwelski immer nach nach seiner see steckt extra aufschirmiert der ist also von den dallas stars der 390er job perwelski ein center 1 80 groß 88 km mit rasen und gladiator 89 im face of a soccer center mit denen sind mit der synergie kombo ist aber eher ein linker flügelspieler das heißt 94 beschleunigung 97 geschwindigkeit schuss im hohen 90er bereich hände hohen 90er bereich gladiator tut der karte gut weil er nur 1 80 ist geht mit dem funken auch nochmal hoches body checken also eine rundum gute karte gerade wenn man die synergie kombo noch braucht oder irgendwo unterbringt ist er auf jeden fall gut dafür stützle stützle steht hier der spielt bei den ottawa senators und zwar der 94er team stützle ein center 1 85 groß 85 kilo mit workhorse und gladiator 92 am face of auf jeden fall kann man als center spielen lassen kann man allerdings mit workhorse und 98 beschleunigung und 94 geschwindigkeit genauso am flügel spielen lassen body chair gladiator ja brauchte ja fast eine der ist erst über 1 80 hat er schon hohes body checken macht die schlagschusskraft überhaupt nichts weil die schon bei 99 ist also auch hier eine fantastische karte ich hatte mal glaube ich die die 90er karte von ihnen hier die die NHL 2030 die war schon cool und die ist auf jeden fall noch mal natürlich ein tick besser also tim schützle hier auf jeden fall auch verdiene primetime bekommen jetzt kann man eigene schriftbild lesen das ist interessant ich sehe nur jens wer ist der jens jens komm raus du bist umzingelt jens du bist dran mal schauen wie der jens hier war jones alles klar das ist geil was eigene schrift und lesen kann dann also in columbus blutschack jetzt der 93 war es glaube ich der jens der heißt ab sofort jens so steht es jetzt auf meinem zettel ich glaube ein schlauen zettel alles der 94 jens selbst jones linker verteidiger 1 93 groß 96 kilo mit workhorse und passing playmaker also ich hatte die 94 karte im NHL 20 bis zum schluss drin waren alle karten schon besser ich habe dann immer noch gehabt wie schaut es hier aus schlagschusskraft genau ich gehe damit auf 94 hoch als wer die salve an hat fast den perfekten schlagschuss ist auf jeden fall gut workhorse auch interessant geht immer bei 96 beschleunigung für die für die größe und das gewicht auch sehr sehr also wirklich bombe 92 endgeschwindigkeit hände im hohen 90er bereich aus als die king aber bei der größe sage ich muss man muss ja nicht hier die leute austanzen body checken auch mit dem funken fast perfekt also auch eine geile karte auch wer ihn hat wer ihn zieht auf jeden fall geile karte die 92 war schon gut und den kann man auf jeden fall auch bis zum ende vom spiel in sein line up haben wenn man dann sämtliche sechs synergien anhat team synergien anhat so welcher lustige name kommt jetzt mike sebanicad von den new york rangers soll ich mal deutlicher schreiben wo ist er denn eher der 94er mike sebanicad auch er sein center 188 groß 94 kilo mit haubitzer und deep wer mit deep geht er 89 auf am felshof kann man so lassen allerdings als flügelspieler kann man auch einsetzen schuss ist im hohen 90er bereich hände hohen 90er bereich body checken 90er bereich 94 beschleunigung 96 geschwindigkeit also kann man genauso am flügel einsetzen sie am linken dann allerdings kann man auch als center spielen das 89 ist okay wenn er noch hart und solar hat hat ja auch noch mal vier werte mehr das heißt wir sind dabei habe ich gar nicht schaut wir sind dann bei 93 am felshof das ist auch wie optimal also wie gesagt sehr wandelbare karte kann auf beiden positionen spielen so ich hatte sie mir am liebsten crossby und so die kammer oder matthews jetzt auch kann am center spielen kann auf der seite spielen kammering umstellen umbauen im team kann ist nie verkehrt mit je nachdem was man auch zieht und sucht dann der nächste ist interessant also nicht bloß für mich sondern wahrscheinlich für mehrere auch und zwar von meiner avalanche der sieht man schon geteasert hier der 97 k mk linker verteidiger 1 80 groß 85 kilo mit shutdown und gladiator ich mache die synergien jetzt geil an weil die karte ist eigentlich rund um 99 sehr geil auf jeden fall theoretisch und mit beiden an die das body checken auf 105 gehen bringt natürlich nichts geschwindigkeit vor vor verteiler und und allen bei bei 97 schusses perfekt hände sind perfekt eigentlich bomben karte damit eben auch die team of the year karte von ihm genauso hochgegangen also ich muss immer mal in my team reingucken gutes können das können das sogar fast face off spielen mit mit 75 was er dann hat macht natürlich keinen sinn aber synergien hier eigentlich wie gesagt fast schon sinnlos ist eh alles bei 99 sehr geile karte auf jeden fall so und dann kommen heute ganz überraschend muss ich jetzt sagen ganz überraschend die 625 6,3 karte von conor mcdavid wahnsinn hätte ich nicht mehr gerechnet er ist ein center das er immer noch ist dass wir auch nicht sein wird 185 groß 87 kilo mit verteiler und deep die bei 89 am face off ja kann man so lassen aber auch er braucht keine einzige synergie eigentlich ist der verteiler ist ja wirklich sinnlos geht die geht die widerstandsfähigkeit um eins hoch das macht schon alles und wer jetzt gerade also wer gerade aktuell im spiel jetzt ist und sich so ein leisten kann oder so ein möchte er den verteiler schauen also von dem her fast schon rausgeschmissen hier aber natürlich die karte rundum perfekt eigentlich alle conor mcdavid karten seite was haben wir gehabt seit der zeit als 290 seit der 94 die hier war schon so pervers genau also da seit der karte eigentlich alle mcdavid karten wirklich gut ich habe den 96 hier von den angel moments ja auch mit allen synergien an rundum bei 99 sehr geil so haben wir noch irgendwas neues haben wir sehen es gab noch ein paar primetime karten die unter 91 sind aber es nicht wirklich erwähnenswert und mehr haben wir heute schon gar nicht gab keine neuen sets auch im hoodrush ist nichts neues drin ja kurzer ab der kurzer blick noch hier auf meine squad battles ich bin nicht in rang 100 mein buddy ist in rang 100 schafft diesmal hat an den grünen stern hier vorne bei sagen 100 rang 51 bis 100 glückwunsch sehr geil und ja morgen morgen was aber morgen morgen haben wir neue gold hält man mal die ersten gold hätten die von 92 auf 97 upgrade bar sind wir haben morgen einen neuen modus im hoodrush die belohnungen bleiben gleich wir haben einen neuen modus und ganz wichtig vormerken donnerstag 23 10 und ich nicht allein müssen zu zweit hier und dann rocken wir die bude wir öffnen packs wir streamen live und wenn es sein muss hauen uns auf die nase also da auf jeden fall vormerken special guest ich sag noch nicht wer kommt aber auf jeden fall vormerken donnerstag kurz nach elf hier live bei twitch und im anschluss auch natürlich bei youtube at night recw gaming steht es hier unten in meinem schlauen in meinem schlauen dings hier auch da jeweils meinen neuen rahmen hier ganz wird geil schallt auf jeden fall ein lodinger 19 93 du schallt jetzt auch ein wird auf jeden fall geil mit dem special guest hier kürz noch zum chat habe noch die finanziert reicht ja wie gesagt seit der 2 90er seit der finanziert sind die alle perfekte mc davids also ich weiß gar nicht wo ich ihn hinstellen soll weil ich habe den matthews ohne mc david messe als sender wird es gerade mal raus hat man flügel gestellt aber ich kann auch keinen 96 mc david in die zweite reihe stellen ist ein bisschen gerade hin und her geschiebe aber gut so das war es auch schon von mir wieder wir sehen uns morgen wieder kurz nach elf und dann denkt immer dran sauber bleiben jetzt ist mir fast eingefallen bis denn jetzt ciao ein ein Vielen Dank.